Wichtiger als alle Ballons, Flugzeuge, Krisen und Abenteuer, ist die Frage, was man mit seinem Leben anfangen will und welchen Sinn man ihm gibt. Wer denkt, dass er aus dem Nirgendwo kommt und ins Nirgendwo geht und das Ziel des Lebens darin besteht, reich und glücklich zu sein, den wird die kleinste Krise umbringen. Wenn man aber versteht, dass man von irgendwoher kommt, ohne zu wissen woher, und dass man irgendwohin geht, ohne zu wissen wohin, und dass der Sinn des Lebens darin besteht, sich weiterzuentwickeln und sich über mehr Weisheit, Güte, Mitgefühl und positive Lebensenergie einzubringen, dann eröffnet sich ein Sinn hinter allen religiösen Strömungen und Philosophien, deren Aussagen sich ja kaum voneinander unterscheiden. Fast alle sagen sie, wir sollen unser Bewusstsein, unser Mitgefühl, unsere Weisheit und Lebensenergie erweitern, um uns weiterzuentwickeln, damit wir uns in einer Welt mit weniger Dualität, Konflikten und Leiden wiederfinden. Interessant ist der buddhistische Weg, dem Leiden, das zum Leben gehört, nicht anzuhaften. Ich hatte immer wieder...